Du möchtest nicht nur über unsere Zukunft diskutieren, sondern selbst etwas verändern? Das kannst du! Als Bauingenieurin bin ich von der Planung bis zur Umsetzung an vielzeitigen Bauprojekten beteiligt. So wie hier beim Bau eines neuen Tunnels. Mein Job ist herausfordernd und abwechslungsreich. Mit dem Bau dieses Windparks sorge ich als Maschinenbauingenieur für eine klimafreundliche Energieerzeugung. So leiste ich einen Beitrag für nachfolgende Generationen. Werde auch du Ingenieur oder Ingenieurin und verändere die Welt von morgen.